So wie ein Gleise zu sein, das sehe ich immer an der Menge der Aufnahme, also der Aufnahmezeit. Es ist immer noch Sonntag zu der 6. 2013, 9.27 Uhr, jetzt genau. Das ist eine Frenzaufnahme, so ist es normalerweise. Man hat sich also bei den Demonstrationen verausgabt am Wochenende, aber so ist es normalerweise. Das ist eine Frenzaufnahme. 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 Das eine Frenzaufnahme. Das ist eine Frenzaufnahme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.